Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare mit Niklas. Hello! Das wir uns eigentlich immer wieder vorstellen müssen. Ich meine, die Leute müssten sich ja langsam dran gewöhnen, oder? Meinst du? Meinst du? Ach Quatsch, das ist das Formale, das müssen wir immer liefern. Quatsch! Gehört zu unserem Service. Ich hab auch nen... Ja? Ich hab auch nen Fußsoldaten genommen, aber den Panzerkommandanten. Ja, General! Und ich mach mich jetzt auf den Berg. Machst du dich auf den Berg? Wenn ich hochkomme. Ich muss erstmal, glaub ich, wieder einen Sprung warten. Weil der schafft die Kante hier nicht. Stimmt. Der schafft doch irgendwie den Zaun nicht. So fett bist du nicht! Spreng! Hö! Achso, da kommt man gar nicht hoch. Aaaaaaah! Ich bin ganz ruhig runtergefallen. Aaaaaah! Achso, da kommt man gar nicht hoch. Aaaaaah! So, was misst du, glaub ich, in ein Best-Off. Ne, hinter den Zaun kann man, glaub ich, nicht, ne? Ne, du, du, du hast ja auch schon mal davon geträumt, dass jemand so ein Soundboard für dich macht. Ja, irgendwann vielleicht. Aaaaaah! Aaaaaah! Ja, 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 ja. Oh, da. Den Schnapper wollte ich eigentlich erledigen, aber der wurde mir weggeschnappt. Oh, ich bin auf der Kartoffelmini getreten und einfach nur weggesplasht. Weggesplasht. Der Charakter, der das gehört hat, die war auch gerade nicht mehr im Leben. Und dieses Stinke-Spray. Oh, ich werde lebendig gebrutzelt. Feierschnapper. Sogar von zwei Schnapper, die standen um mich rum. Brutzel, brutzel, brutzel. Warte, da hätte ich mal den Dr. Chester wieder spüren müssen. Dann gibt es wieder den übelsten Flachwitz. Ich dachte, du wolltest gerade sagen, hätte jeder den Deutschen gespielt. Nee, nee. Nee, nee. Ach, die Charakterie hier. Brutz. Alter, das goldene MG, das ist ja richtig nice. Oh, da hat der zwei gleichzeitig geschleimt. Ledige zehn Spieler in einer Sitzung. Das dürfte machbar sein. Nice. Hab ich ne Vorlage gemacht? Ich hab die Rakete im Sprung abgeschossen. Es war also fraglich, ob ich überhaupt was treffe. Aber ich hab... Hier liegen überall Minen. Muss man aufpassen. Ja. Ich bin hochgesprungen auf so ne höhere Position, damit ich erstmal ein bisschen gucken kann. Als goldene MG ist im Nahkampf wirklich ziemlich hart. Es überhitzt auch, ne? Also es hat endlos Money. Also man, man muss nicht lachen lassen. Ich hab die Kartoffel in mir ne Sekunde gesehen, bevor ich hochgegangen bin. Herr, Herr, Herr. Wenn du irgendwo ne Kaktusdrohne siehst, kannst du mir Bescheid sagen. Weil ich muss die nämlich kaputt machen. Kaktusdrohnen? 如果 ich eine fliegen sehe? Ja. Ok, mach ich. Ich brauch die. Ich brauch das. Ich brauch das. für meinen level jungen jungen level high speed level 2.0 also wie viele ingenürieren das ist ja ein traum und ich sie runter gekriegt hat gott da hat irgendwann unheilspilz da unten hingesetzt schade habe ich den die zpg-rakete eigentlich direkt ins gesicht oder hat ihn jemand getötet bevor er mich getötet hat ich dachte ich wäre schon tot hier ist eine kaktus runde gibt mir gerade ich kann mit dem panzerkommandanten nicht so effektiv auf die plasmadisruptor hat mich getötet oh nein sie haben unseren teleprompter zerstört nicht den teleprompter ich bin ja alleine am einnehmen jetzt bin ich da die kämpfen bei unserem teleprompter äh teleprompter entschuldigt mir leid ich habe den fachbegriff verwechselt ich war tot eigentlich aber ja aber da waren noch andere gasbombe zu viel zu viel zu viel ich habe sie leider nicht zerstört die kaktus drohne was was So, Feuerkacktele, yes! Getötet. Bats! Sind da oben viele? Da hast du einen Feuerschnapper, der meint, mit einem Feuerspray könnte man über Distanz schießen, aber das ist irgendwie nicht so der Fall. Ah, okay, den Elektriker hätte ich nicht wiederholen können. Schade. Aber ich werde wieder geholt. Da hat mich jemand geschneift. Ich werde von dem Elektriker wieder geholt, oder? Von dem... Ne, ich wurde von dem Panzer-Kommandanten. Ich auch. Hm, ist hier unten irgendwas los? Geht wie irgendwas ab? Ah! Oh Gott, da wurde ich von dem Vampir-Schnapper angegriffen. Und von dem... Feuersäumblume? Mit Gießkannen an den Armen. Wow! Oh, ich habe zwei Kartoffeln in mir zerstört. Weil ich in eine Reihen gerannt bin. Uhuhuhuhu, doppelte Punkte! Hier läuft gerade einer die ganze Zeit über meine Leiche rüber. Holt der mich jetzt wieder, oder nicht? Wahrscheinlich. Oh Gott! Nein! Oh damn! Das ist ein Grenade! Da ist ne Kaktus drunter. Oder Knoblochdrohne. Oder Knoblochdrohne. Ich wurde ge... Ich wurde ge... Käse schnappt. The German Fourteen. Sehr einfallsreicher Name. Oha. Nein, die Knoblochdrohne hat mich getötet. Sie ist so knuffig. Ah, ich habe eine Kaktusdrohne zerstört. Oh nein, der Teleporter ist down. Ey, der Teleprompter. Oh Mann, was ist heute los? Ich mach die ganze Zeit mit meinem Gas mach ich Ablenktonnen. Gas! Ja! Vorlage. Ich bin wieder runter gefallen. Mäh. Ich glaube, langsam sollten wir mal angreifen, ne? Ah, jetzt wurde ich schon wieder von dem Käseschnapper von The German Fourteen getötet. Ja, wir kommen irgendwie nicht so richtig voran hier. Ja, wir kommen irgendwie nicht so richtig voran hier. Und Phil, wie läuft's da hinten? Äh, ich war so kurz vor dieser Einnahme. Feld. Aber da waren zu viele Schnapper, da hat mich ein Vampir-Schnapper dann getötet. ... Albtraum aller Spiele habe ich noch gekriegt, 10 Spiele in einer, so zwei Typen. nein ich hab euch kein glück ich hab grad den den vampir schnapper kann er mich wieder beleben was der balken geht weiter es funktioniert die pflanzen haben schon wieder gewonnen pro natura pro natura verdammt falsche seite wir haben uns glaube ich abgesprochen mit der abschuss anzahlen ja irgendwie mehr punkte als ich ja weil ich am ende noch ganz viele kartoffelminen und stachel kraute glaube ich zerstört habe und ich hab war ja auch oft in der eroberungs zone da kann sein dass das schon ziemlich an punkten gebracht hat ist ja halt nur zehn punkte pro 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 du hast ja auch ein paar minen zerstört wahrscheinlich war einfach nur die menge davon ein bisschen größer bei mir nur ich habe die mine kaputt gemacht indem ich reingelaufen bin das ist wahrscheinlich das habe ich mit dr chester gemacht in der runde davor habe ich ein paar aktionen damit geliefert mal gucken was jetzt kommt normal wer hätte das erwartet vielleicht ist ja diesmal tag und weiß es ja auch nacht steht oben im titel ja wer lesen kann das kleinen vorteil es liegt einfach daran dass ich in letzter zeit nicht so viel lief ich kannst du nur auch keine ahnung gerade wie geht noch mal verhöhnen für verhöhnen ich glaube auf den pfeil tasten musst du nur drauf legen was du da haben willst oh ich habe ja ich habe schnapper pack ja ich habe gerade mit sterne überspringen zwei herausforderungen gemeistert ich bin noch gerade einfach mal nicht machen konnte es nicht machen wollte ja so jetzt kommt die strohhut bande kann doch nicht wahr sein ich war gerade gespawnt als kaktus und da war ich schon wieder tot oh nein da kommt eine zbg rakete seh ich nicht toll aus ja seh ich nicht toll aus mit meinem hut die zombies kommen rein laufen sofort in meine karte was bedeutet das ich platziere gut oder wurde ich genudelt farbbeutel abbrust oh ja ich sehe ihn gerade ich habe ihn da hat sich jemand rein gewarpt ah ich wollte gerade den kornschlag setzen ey hangweiler ja du weißt dass du in der sekunde noch den kornschlag setzen kannst ne wo du zerstört wirst ja das wurscht ich nicht ach wie die pflanzen immer stöhnen wenn die in diesem gas drin stehen gas ja ich dachte doch immer ein centurio wäre stärker ja 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 hast du willkommen ja ich habe drei getötet dreimal verhöhnt habe ich gekriegt ach deswegen hattest du gefragt ganz easy ja ich finde mit der kakt ist es immer noch am leichtesten die sommbot drohnen runter zu holen ja 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 ultra tackling hat pferdefleischers hat mich getötet ja ja ich habe mich mit der sommbot drohne weg geholt schussserien mal 4 ja ja ich habe mich mit der spiel Was spielst du gerade für die Kaktee immer noch? Die Standard, ja. Ich finde den Schaden bei der Standard-Kaktee ziemlich geil. Weil ich hatte auch in dem letzten Pack-Opening hatte ich auch die größeren Stacheln bekommen. Und dann macht das ein Schuss 30 Schaden, das ist ganz angenehm. Okay. Ne, bei mir machen die noch 25. Ich bin noch Lobob. Oh. Okay, mehr ging nicht. Er hat mich Lee Sin getötet mit seinem schwarzen Augenband. Okay. Oh nein, er jumped auf meiner Leiche. Er teabackt dich. Auf Zombie Art. Er gibt mir mit seiner eckigen Schweißsocke. I'm sniping. Yeah. I'm firing my laser, müsste man so als Sonnenblume mal machen. Man kommt hier zu gar nicht. Welches ist eigentlich das maximale Level von einem Pflanzer? Ich glaube insgesamt Level 30 ist maximal. Mitten im Pflug weggenommen. Oh, ich steh hinter dir. Oh, ich hab fünf Zombies in erhöhten Positionen getötet. Ja, wenn die die ganze Zeit aufs Dach steigen, ne? Na, das war hinten bei dem Teleporter. Ach so. Geh weg du Delfinen. Meeresforscher. Typ. Typ. Oh, da bin ich glaube ich zu aggressiv ran. Die Oster soll mal Schilde setzen. Ich muss die kaputt machen. Oh Gott. Ich bin der kackte Drohn. Hast grad zum Pilz explodiert. ich bin ja der typ mit dem strohhut du kackst hier gerade hin sehe ich ganz angestrengt sogar die live sounds also besser geht es nicht gerade ein double kill gemacht mit dem gornschlag du spielst die normale ne ja ich habe noch keine andere oh gott da hat mich der oyster raus genudelt mit seinen brennenden cricket kanone ich bin unterwegs wie viel zeit hast du noch ich wusste nicht dass das abbricht so du wirst wiederbelebt und du kriegst eine wiederbelebt und du auch so das war doch mal ein win pro natura ja die punkte gehen mit 7700 was war das abschlussserie 8 meine höchste abschlussserie in leistung das vorletzte 5 wie viele kritische treffe hattest du 13 13 da habe ich 33 und dein abschluss ko verhältnis 1,87 5,33 ist ja nur dreimal gestorben oder zweimal ja dreimal gut sollst du nicht immer die noobs fertig machen phil jetzt hatten wir mal eine schöne sniper session danach ich denke das hat allen auch gefallen so ein bisschen abgegangen paar lustige szenen und wenn es euch gefallen hat kommentar abonnement gefällt uns immer und wir sehen uns in der nächsten folge macht's gut tschüss